Warum der internationale Markt- und Innovationsführer in Sachen Kupplungen und Dämpfer für große Gas- und Dieselmotoren sowie Windkraftanlagen die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriereentwicklung bietet, ist schnell erklärt. Bei Geislinger weiß man seit 60 Jahren, dass nur mit einem erstklassigen, hochmotivierten Team globale Erfolgsgeschichten geschrieben werden können. Darum besitzen im Unternehmern die Pflege des Teamgeists, die Förderung von Talenten, Wertschätzung und die Schaffung erstklassiger Arbeitsbedingungen absolute Priorität. Sie sind die Garanten für Karrieren mit einem grossen Versprechen. Built to last